Was hättest du gemacht, wenn du viel Geld gewonnen hättest? Ich hätte mich in den besten Hotels aufgehalten. Wenn ich viel Geld gewonnen hätte, hätte ich mich in den besten Hotels aufgehalten. Was hättest du gemacht, wenn du den Bus versäumt hättest? Ich hätte ein Taxi genommen. Wenn ich den Bus versäumt hätte, so hätte ich ein Taxi genommen. Was hätte er gemacht, wenn er seinen alten Wagen verkauft hätte? Er hätte einen neuen Wagen gekauft. Wenn er seinen alten Wagen verkauft hätte, hätte er einen neuen gekauft. Was werden Sie machen, wenn Sie Ihnen mehr Geld vorschlagen? Weniger arbeiten. Wenn Sie mir mehr Geld vorschlagen, so werde ich weniger arbeiten. Was werden Sie machen, wenn Sie diesen Brief nicht tippen? Ich tippe ihn selbst. Wenn Sie diesen Brief nicht tippen, so tippe ich ihn selbst. Was werden die Kinder machen, wenn sie früh nach Hause kommen? Im Garten spielen. Wenn die Kinder früh nach Hause kommen, so werden sie im Garten spielen. Was werden Sie machen, wenn Sie morgen erkranken? Ich gehe nicht zur Arbeit. Wenn ich morgen erkranke, so werde ich nicht zur Arbeit gehen. Was werden Sie machen, wenn Sie zur Abendsgesellschaft gehen? Mich amüsieren. Wenn ich zur Abendsgesellschaft gehe, so werde ich mich amüsieren. Was wirst du machen, wenn er dich fragt? Ich sage die Wahrheit. Wenn er mich fragt, sage ich die Wahrheit. Was wirst du machen, wenn es morgen regnet? Ich bleibe zu Hause. Wenn es morgen regnet, so bleibe ich zu Hause. Und zum Schluss. Alles gut. Vielen Dank.